Musik Tut schon ganz bestimmt zwei Gugelchen Anhängigverleihung für jedes eher eine Meinung von diesem Bild zu machen. Immer nur auf Form von Hyundai Unix 6 zu sprechen, will ich auch gut nicht versichern, die Meinung über dieses Design zu changieren. Aber nach so viel gebe ich euch gerne mal auf den Weg. Die Unix 6 sieht an der Türen besser aus, aber für diese Zucht von aerodynamischer Effizienz kann ich noch viel von denen dementsprechend gestaltene Stylingsdetail verzeihen. Musik Von den Lodi-Eisten-Kälen an der Realität führen, das im Unix 6 steht, gesehen ich noch direkt, ob die Ingenieure von Hyundai den Fokus gelöscht haben, an dem für eine möglichst effizienten Elektroautos zu bauen. Ich muss auch zeigen, wie ich die ersten Bilder vom Unix 6 gesehen habe, wäre ich auch nicht so richtig überzeugt von der Ästhetik von dem, welches ich gesehen habe. Tatsächlich sieht ein Auto in der Natur besser aus, wie auf der Bilder. Die 4,85 m langen Unix 6 sticht doch durch seine unverwieselbare Karosserie, die modern und sportlich erfährt. Das Elektrolimousin kennt doch durch seine straffe Silhouette und schärfe Linien elegant und dynamische Rippen. Sie präsentiert sich auch mit einem langen gezündeten Capot, einem kurzen Überhang an einer niedrigen Linie vom Dach, durchzusammeln den attraktiven Design von der Karosserie an der Sträche. Der Kühlergrill ist vollständig zu, und das Hyundai-Logo ist mit Stil an der vierten Teil angebaut. Und überhaupt stammt und zähig gebrüht, deren Dynamik ganz am Mittelpunkt des Designs. Sowie Voll-LED-Scheinwerfer und LED-Hinnig zu luchten am Pixeldesign. Die Unix 6 soll gut am Wandschiert leihen, und er so steht dann noch, auch für Rundons, sein CW-Wert lädt bei 0,21 und er soll den Stromverbrauch eraufsetzen. An einerseits dürfen wir suchen, dass die Autonomie nicht zu sehr fällt. Beim Radklammen an der Unix 6 warst du schon überrascht, wie viel Platz hier am Interieur aufgeboten gibt. Es hat alles gut durchdurcht, und obwohl das Interieur aber minimalistisch gehalten ist, gibt es für die wichtige Funktionen nach physisch Tasten. Sein Infotainment lässt sich intuitiv bedingen, als Mittelkonsole kann auch kein Problem sogar für einen kleinen Laptop dort aufzusetzen gebracht werden. Derzeit auch gepasst, als ein hochwertiges, ökologisches Material am Interieur verschafft wird, alles da, als die Koreaner auch gelungen, an dem sie damals ein lüftiges Interieur zum Wohlfühlen geschafft haben. Für einen Haupttoffer, ein Elektroauto studiert, der gewinnt durch den Eindruck, das nehmen SUV-Plattformen genug Platz für Passagiere aufbieten, weil das Q&A am Boden vom Auto zusätzlich und hecht am Interieur bedeuten. Hier gibt es aber ein paar Elektroautos, die die Gehentil beweisen, und auch die Unix 6. Die Unix 6 ist 1 Meter lang, und lebt sich hecht, also 10 Zentimeter mehr niedrig wie den elektrischen SUV der Kona. Er bietet man die Verraschung viel Platz für die Kappe an der Eiste Reihe, aber auch auf den inhörnischen Sitzen und nach gewissen Personen mehr wie genug Platz. Und da tun die Koreaner dadurch recht, weil sie den Platz von ihrem Akku in einem anderen Mal und in den inhörnischen Sitzen aufgedeht tun. Mal bietet ein Ladevolumen für 400 Liter an, und zusätzlich bietet ein zusätzlich Platz in einem Kappe auch noch bis zu 40 Liter Ladevolumen, ein Platz für die Kabeln in der 3-Tesle. Am schlanken Tablet des Buchs stehen ein digitaler Cockpit sowie ein Navi-System mit jeweils 12-Zoll-Ekran, aber auch nicht nur die sämtliche Komfort- als solche Assistenzvergießen, die laut Version können ändern. Weil für heute, um die sämtlichen Detailer anzugehen, müsste schon der Hyundai-Techniker mal auf Bord wollen. Für Mischvers ein sportlicher Volant sind Schaltpippen für die Rekuperation, an denen im Volant fixiert der Schalthefel auch ok. Die Hyundai Onyx 6 hat mit vielen SmartSense für Assistenzfunktionen equipiert, die auch NRW für eine hohe Qualität und Sicherheit suchen. Zugue ein autonomes Notbremssystem, das teils ein autonomes Fohren ermöglichst und noch für eine komfortabelt und sicherte Fohren sucht. Obwohl Klima-Automatik intelligenten Bedingungselemente oder das Licht-Oblöden abbetrifft von elektrischen Apparaten verkauft von ausspruchsvollen Technologien, die schon serienmässig am Onyx 6 zu fanden. Aufgesehen von der Form von Onyx 6 aus dem Interieur, aber schon ein bekannter Terrain von Hyundai, wo jedoch weiter nicht viel Neid zu entdecken gibt. Für eine neue Reise zu finden, wie die Hyundai Onyx 6 sich fehlt, hat Hyundai uns die Onyx 6 mit einem grossen 77,4 kWh Akku mit 6 kW 220 PS und damit auch auf denen hinsch die Räder aufgetrieben zur Verfügung gestellt. Laut Hyundai rächen die 77,4 kWh am grossen Akku zu gut für eine Autonomie für 614 km. Ein hoher Blick auf WLTP-Doneen für 14,3 kWh auf 100 km, wobei wir uns so bei 18 kWh auf 100 km angepasst. Er kommt auch auf eine Autonomie für nicht die 450 km. Für die kurze Strom-Snack und eine DC-Schnellstation von 180 bis 240 kW von 0,8 % Autonomie dauert das 800-Volt-System ungefähr 18 Minuten. Per Konter und der Haushalts-Steckdose von 11 kW stehen über 6 bis 7 Stunden im Programm. Die Maximal-Witess beim Unix 6 liegt bei 185 kmh und der Sprint von 0,5 kmh bei 7,4 Sekunden. Und wenn er mit Spass gefaust und Gaspedal drückt, liefert dieses Elektroauto den direkt typischen Schub von 315 Nm Drehmoment. Er macht auch ein bisschen süchtig für so an den Sitz gedrückt zu gehen. Was hier fehlt als die Akustik nur um Raumschiff Enterprise für die ganze Manöver ein bisschen aufzupeppen. Wir haben uns Testkilometer meistens auch auf der Landstraße gefahren, ein paar Kilometer an der Stadt und auf der Autobahn. Er konnte dann auch Dachs zwischen den Modusen Eco, Comfort und Sport hin und her schalten. Dabei ändert sich auch das Durchsprechverhältnis auf der Gaspedale. Die Steuerung bleibt gefehlt, wenn man dieselbe ist, gut ekilibriert. An das, was wir nicht gefunden haben, hat es mit stramm ausgeleuchten Fuhrweg zur Sponsion leht auch nie sein Status für Comfort auf. Was hier traurig gefahren am Unix 6 ein bisschen steuert als die Verwärmung von Tempolimit. Das mit einem Nerven gepiepst auch von den nur 3 kmh drüber raus einem an Dauer behebt. Diese Funktion lässt sich aber aufstellen und bei allen können beim Neuen Demarieren als Funktion rumdieren. An Punkt der Rekuperation, die ein Mathe paddeln und wollen gesteilen kann als durchaus interessant. An die stärkste Stufe bringt quasi der One-Pedal-Gefühl, bei dem ihr praktisch kein Brems-Wieberer kann in sich drüber stellen. Der Hyundai Unix 6 bietet auch ein besonders heiliger Komfort, erlebt auch nie viele Vibrationen, weil er doch für ein Agriable vorgeschwätzt. Als Fazit vom Hyundai Unix 6 kann ich in einer Nullerhaus sagen, für 440.425 Euro bekommen, ein vollelektrisch effiziente Limousin mit gutem Preis-Leistungsverhältnis mit einer heiligen Erleichtung ohne Konkurrenz am Lüten und in einer Basis-Version schon viel Extras, die bei den deutschen Autos auf der Optionslust stehen. Untertitelung des ZDF